Guten Morgen und Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Ja, die letzten zwei, drei Teile waren nicht so präkant, weil alles gesperrt war. Große Revolution. Viele Kreisverkehre waren gesperrt. Aber die konnte man wenigstens schön in der Nacht sehen, von hier oben, von den Bergen. Da wusste man genau, wo ein Kreisel ist. Filmen konnte ich es nicht, weil die Kamera das nicht hergegeben hat. Ja, warum wir es jetzt sehen konnten, war, weil die haben da erstmal schön mal angezündet. Das ganze Holz, Altreifen, Autos, Motorräder. Ja, ist halt mal eine ganz andere Art gegen Corona, Lohnerhöhung und so weiter zu protestieren. Aber das bleibt ja jedem selber überlassen. Für mich erstmal, ich überprüfe mal, ob die Aussicht da passt. Ja, es hat die ganze Nacht geregnet, wie man hier unsperren erkennen kann. Und die ganze Terrasse ist nass. Aber eine halbe Stunde ist die wieder trocken. Das ist der Vorteil hier. Ja, wo wollen wir hin? Eigentlich wie die letzten zwei, drei Tage versuchen wir heute mal wieder, heute mal wieder ganz in den Sieden zu gehen. Kommt. Hier her. Dieser Strand hat fünf Sterne bekommen. Und wer die restlichen Folgen gesehen hat, der weiß auch warum. Ja. Dann lassen wir uns mal überraschen. Damit ihr auch wirklich mir vertraut, dass es der Süden ist. Das ist Martinique, der Norden, der Süden. Und wir versuchen heute mal die ganzen Schleichwege zu fahren. Mal schauen, ob das klappt. Oder ob wir fünf bis sechs Platten haben. Dann bis später. Dann bis später. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und so sieht es so aus. Boah, es schmeckt. Boah, ich habe gerade gesehen. Ich bade hier voll mit den Stars. Jetzt zeige ich euch mal den Superstar. in denicles. Ich bin fertig. Nein, 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 es ist fertig. Wie viel los. Das ist wie ein los, eine kurze Zuschauer. Achtung, auf der Seite. Ich kann nicht nur den Karten. Ah, ich habe den Karten. Okay. Nein, du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. 30,5. greut zurück zum anderen schnell zurück zum anderen. Es ist interessant für einen Hattern. Ja, ja, ja. Es ist ein Wetter. Ein Wetter. Ein Wetter. Ein Wetter. Das ist ein Wetter. Ein Wetter. Dieser L So, jetzt sind wir endlich da, nach gefühlt 25 Jahren vor Kreisel, die verbrannt waren. Oh, ich hab den Maranen. Goed. Ich liebe diesen Mund. Und jetzt machen wir den Angriff von den Ockermund. Die Rechte links zu den Blasen. Cool. Die Rechte links zu den Blasen. Der Versammlung, ja. Jetzt zeige ich euch mal ein schönes Katamaran-Making. Die Rechte links zu den Blasen. Was das ist noch nicht herlich? Oh. Ich würde gerne gerne. Ich muss auch etwas zu tun. Lecker. Nicht neidisch sein. Könnt ihr auch alles haben. Ich muss nur hierher fahren. Auf Martinique. In Salinas. Siegen vor der Hände. Das ist schön. Das ist ein 04er Becher. Sehr lecker. Oh. 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 Oh ja. So. So. Die Maxi-Gonschalen auskasten. Das ist ein sehr guter. Oh. 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 Das war es nicht so schön! Was sind wir so schön? Wir sind nämlich nach Hause. Bis zum nächsten Mal! Ein Wiener! Willkommen nach Margarita! Tschüss! 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 In 100 mètres, prendre vos vêtements à droite sur Belle Étoile. Sous-titrage FR ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.